Hi, das ist die zweite Ausgabe von unserem netzpolitischen Wochenrückblick vom Digitale Gesellschaft e.V. Wir beschäftigen uns heute mit vier Themen. Es geht um Safe Harbor, es geht um die TTIP-Demo hier in Berlin, es geht um Netzneutralität und wir wollen schauen, was bei unserem netzpolitischen Abend hier in Berlin passiert ist. Diese Woche hat uns wieder die Safe Harbor-Entscheidung der EU-Kommission aus dem Jahr 2000 beschäftigt und zwar hat der Europäische Gerichtshof seine Entscheidung dazu veröffentlicht und festgestellt, dass diese Entscheidung gegen europäische Grundrechte verstößt. Es sollen personenbezogene Daten von Europa in die Vereinigten Staaten von Amerika übermittelt werden. Dort ist es allerdings möglich, dass die Geheimdienste auf diese Daten zugreifen können und das verstößt eben nach Ansicht des EuGH gegen die Grundrechte der EU. Damit sehen wir zum einen, dass eben die globale massenhafte Ausspähung von Bürgerinnen und Bürger, von sämtlichen Menschen dazu führt, dass auch die Online-Wirtschaft unter Druck gerät und auf der anderen Seite stehen wir jetzt natürlich vor dem Problem, wie geht es weiter, denn diese personenbezogenen Daten müssen ja weiter in die USA zum Beispiel übermittelt werden. Hier gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Die EU-Kommission sagt zum Beispiel, es gibt Umwege, sodass die Daten weiterhin übermittelt werden können. Das sehen wir, das sehen auch andere, etwa Peter Schaar, nicht so. Wir glauben, dass seit der Entscheidung vom Dienstag es derzeit unmöglich ist, diese Daten, personenbezogene Daten in die USA zu übermitteln. Wir sind der Ansicht, es muss entweder ein neues Abkommen auf den Weg gebracht werden, eine politische Lösung gefunden werden, die dann auch natürlich beinhaltet, dass keine geheimdienstliche Überwachung, Massenüberwachung möglich ist. Oder ein anderer Weg wäre zum Beispiel, dass Facebook und Google ihre Server-Serve-Farm nach Europa holen, die Daten hier verarbeiten und speichern. Wie es weitergeht, werden wir natürlich verfolgen. Wir werden uns weiter dazu einbringen und äußern. Wir klären euch darüber auf unserem Blog und natürlich hier auch in diesem Video-Podcast auf. Ein weiteres Thema, was uns schon wirklich sehr, sehr lange beschäftigt, ist das Thema der Netzneutralität. Dabei geht es darum, dass sämtliche Daten im Internet gleich behandelt werden, unabhängig vom Absender, Empfänger und Inhalt der Daten. An diesem Prinzip soll gerüttelt werden, die Europäische Union möchte ein Zweiklassennetz einführen, eine Überholspur für zahlungskräftige Kunden und eine langsame Spur, auf der alle anderen unterwegs sein müssen. Jetzt hat man in der Europäischen Union verhandelt. EU-Kommission, EU-Parlament und EU-Rat haben sich auf einen Kompromisstext geeinigt. Dieser muss aber jetzt noch abgestimmt werden. Das EU-Parlament wird Ende Oktober über die Regulierung der Netzneutralität in Europa abstimmen. Hier gibt es einige Änderungsanträge, die das Ganze noch etwas verbessern würden, dass es eben keine Überholspuren im Internet geben wird. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir jetzt noch mal unsere Abgeordneten im Europäischen Parlament kontaktieren und ihnen mitteilen, dass sie sich für den Erhalt der Netzneutralität in Europa einsetzen sollen. Dafür haben wir eine Kampagnen-Seite, die ist safetyinternet.eu. Ihr findet die auch unten in den Links. Geht dort auf diese Seite. Dort findet ihr sämtliche Informationen zum Thema und auch wen und wie ihr die Abgeordneten im EU-Parlament kontaktieren könnt. Helft uns dabei, die Netzneutralität in Europa zu sichern. Ein weiteres Thema, was uns diese Woche beschäftigt, ist das transatlantische Handelsabkommen TTIP. Wir haben es geschafft, am Dienstag gemeinsam mit unseren Partnern in ganz Europa über drei Millionen Unterschriften in einer selbstorganisierten europäischen Bürgerinitiative zu sammeln. Darüber hinaus wollen wir jetzt morgen, am Samstag, den 10. Oktober um 12 Uhr gemeinsam mit euch gegen TTIP und CETA demonstrieren. Wie ihr aus der ganzen Republik hierher kommt, wo die Demo-Route ist und was es sonst noch wichtig ist, über die Demo zu sagen, gibt, findet ihr unten im Link in der Videobeschreibung. Kommt zahlreich und kämpft mit uns gemeinsam gegen diese undemokratischen Handelsabkommen. Wir wollen jetzt noch einen kleinen Blick auf unseren netzpolitischen Abend werfen, den wir hier am Dienstag in der Seabase in Berlin veranstaltet haben. Wir hatten sehr, sehr viele spannende Vorträge wieder. Darunter etwa ein Vortrag von Moushon Seraviv, der ein Browser-Add-on vorgestellt hat, das die Werbewirtschaft verwirren soll. Es geht im Grunde darum, dass dieses Add-on auf sämtliche Werbebanner klickt, die ihm angezeigt werden, um somit einen völlig verwirrenden Profil für die Werbesammler hinterlässt. Wie ihr dieses Add-on installieren könnt, wie es funktioniert, findet ihr hier auch bei uns unten in der Videobeschreibung. Darüber hinaus findet ihr natürlich die Links zu allen anderen Vorträgen. Schaut sie sie euch an. Es waren wirklich spannende Vorträge dabei. Und wenn ihr mal live zum netzpolitischen Abend vorbeikommen wollt, dann seid am ersten Dienstag im Monat im Hackerspace Seabase in Berlin. Es geht um 20 Uhr los und der Eintritt ist immer frei und wir haben wirklich immer sehr, sehr spannende Vorträge. Das war die zweite Ausgabe unseres diggiges Wochenrückblicks. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Helft uns dabei, diesen Wochenrückblick noch besser zu machen. Schreibt uns in die Kommentare, was wir besser machen können. Ansonsten schaut auf unserem Blog für aktuelle Informationen. Folgt uns hier bei YouTube, bei Twitter, bei Facebook und schaut, was es Neues gibt. Ansonsten sehen wir uns nächsten Freitag wieder mit neuen Informationen darüber, was in der Woche so passiert ist. Ich freue mich auf euch.